Hallo liebe Roommates, wir sind es wieder, die Berufsjugendlichen vom Dienst. Es gibt einen Gewinner des Sushi-Bikes vom letzten Mal, das heißt, den werden wir reasen. Dann gibt es Sauf- und Dentalgeschichten von Joko Winterscheid. Es ging nicht nur um meine Zähne, es ging auch um deine Zähne. Ja, um die Zähne, ja, aber um Saufen nicht. Und da, was du auf dem Oktoberfest erlebt hast, ich habe mir fast in die Hosen gepisst dabei, muss ich zugeben. Da warst du nicht der Einzige, würde ich sagen. Vielleicht auch die Person. Ihr werdet nicht glauben, was Joko auf dem Oktoberfest erlebt hat. Und auch noch einen Präsident. Es gibt Präsidenten, Firmengründer, der zweitreichste Mensch der Welt spielt eine Rolle. Das alles und nicht Lea bei AWFN eher. Was? Wie immer, präsentiert von O2, für mehr O in deinem Leben. Hallo Joko, mein Freund. Alter, hast du mich gerade angeschrieben? Ich bin zu laut ans Telefon gegangen, Entschuldigung. Das ist die neue Verbindung. Ich glaube, die Qualität ist jetzt anscheinend neu und besser und was auch immer. Das ist tatsächlich auch, je älter wir werden, desto besser wird die Telefonsprachqualität. Das finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Ey, weißt du, was mir auch gefallen ist? Ja? Was? Ich werde wirklich alt. Ich habe Schwierigkeiten, wenn das Licht so dämmerig ist, Sachen zu lesen. Wenn man zum Beispiel so Produkte in der Hand hält, wo auf der Rückseite die Anleitung steht, kann ich nicht lesen. Da muss ich das Handylicht anmachen und draufleuchten, dass ich das lesen kann. Bei so schummrigem Licht, ich verliere schon mein Augenlicht langsam. Solange nur noch nicht die Lupenfunktion gibt es dann, dass man so die Buchstaben dann noch kombiniert. Na, aber das fand ich richtig shocking. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, ich habe von einer Marke so zwei, drei Produkte, wenn ich unterwegs bin, was Shampoo und so angeht, weil ich immer nicht Lust habe, dieses günstige Shampoo aus dem Hotel zu nehmen. Meine Haare kriegen nur das Super Shampoo. Und dann bin ich immer so irritiert, weil die alle gleich aussehen, da steht nur Shampoo oder Showergel oder so drauf. Und ich habe die Tage nicht lesen können, ob ich Shampoo oder Showergel in der Hand halte. Da war ich richtig geschockt. Also es geht natürlich los, ich höre schlecht, muss ich sagen. Bitte? Was? Was hast du? Ich höre dich nicht. Ich muss mal kurz den Zehner reinmachen, wenn wir jetzt telefonieren. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber mein Vater hat mir mal erzählt, dass er sich irgendwann alle Zähne hat ziehen lassen, weil er so schlechte Zähne hatte, weil er dann irgendwie ein Gebiss brauchte. Aber ich stelle mir vor, du gehst zum Zahnarzt und lässt dir alle Zähne ziehen. Das wäre eigentlich für mich die perfekte Lösung, weil ich auch so krumme und schiebe Zähne habe. Ich gehe zum Zahnarzt und lasse mir alle Zähne ziehen und komme im Gebiss wieder. Das macht man heute ja gar nicht mehr. Nee, glaube ich nicht. Aber ich habe meinen, der Typ, der den Boden macht im Paris Store, weißt du, der der eigentlich Elektriker ist und Boden nicht so richtig macht, der hat mir jetzt erzählt, his biggest dream is to replace his teeth. Also, und dafür spart er die ganze Zeit Geld und ich muss sagen, das ist auch eine gute Idee. Ich glaube, er hat sehr viel Cola getrunken in seinem Leben und sehr wenig Zähne geputzt. Und, und jetzt habe ich ihm auch, ich habe ihn nochmal, nochmal bezahlt für die ganze, ganze Schose. Der Boden ist raus, erzähle ich dir gleich. Aber das ist auf jeden Fall, ja. Aber der, der ist eben aus, also ich glaube, Zähne sind wirklich das Schlimmste, wenn du das nicht sau, also, du magst, also es gibt ja niemanden, der Zahnärzte mag. Aber bist du schwierig mit Zahnarzt, wann warst du das letzte Mal beim Zahnarzt? Oh, lange her, tatsächlich. Ich habe, ungelogen, ich bin gerade an so einem Punkt, ich glaube, es ist fast zwei Jahre her. Darf man das überhaupt laut sagen, meldet sich die Versicherung dann an und sagt, sie sind raus. Vor zwei Wochen war ich das letzte Mal. Aber ich bin immer so Zahnreinigungs-Fan. Ich liebe das, wenn du dann da gewesen bist und hast so ganz glitschige Zähne, wenn du dann mit der Lippen, mit der Zunge drüber gehst und es ist alles so ganz weich und dann darfst du eine Stunde nichts essen. Willst du das wählen? Nee, bei meinem Zahnarzt ist es ganz geil, die haben so einen, wie so einen Salzstrahler, das ist Wasser mit Salz. Und wahrscheinlich haben das alle, ne? Du dachtest wieder in München, da bei Müller-Wohlfahrt, hinten links, in der Privatpraxis. Während ich darüber sprach, fiel mir selber auf, wahrscheinlich ist das bei allen so, weil wie soll man es sonst sauber machen? Aber das finde ich wirklich immer ein total geiles Gefühl, wenn man da rauskommt. Und da habe ich nur überlegt, weil ich ja auch angefangen habe, Kaffee zu trinken, so vor anderthalb Jahren, dass ich da mal dringend hin müsste. Weil wenn ich so nah am Spiegel stehe und bei mir zu Hause ist es so, dass der Spiegel weit weg ist von meinem Mund, also ich kann nicht gut gucken. Und immer wenn ich dann im Hotel bin oder so, wenn es der Spiegel näher, dann sehe ich immer, was ich so für kleine braune Zwischenstellen habe. Das klingt richtig eklig jetzt, ne? Es gibt ja ganz viele Menschen, die so auch so eine Zahnphobie haben, die sind wahrscheinlich gerade richtig angeverfixt. Aber ich, also, ich, ja, gehe zum Zahnarzt. Wir gehen beide zum Zahnarzt. Es ist eine Aufgabe für nächste Woche. Also du hast... Ja, auch zwei Jahre. Also es ist auch richtig scheiße. Aber wie ist es in Amerika? Sind die, sind die, ist das ein Unterschied? War ich noch nicht beim Zahnarzt. Ich war in Deutschland. Achso, okay. Ich glaube, in Hamburg war ich auch. Ich habe zwölf Jahre in Hamburg gewohnt und auch da habe ich, keine Ahnung, maximal zweimal beim Zahnarzt war ich und sonst immer in Heidelberg. Arztbesuche sind doch sowas, was man in der Heimat eigentlich macht, wenn man da irgendjemanden kennt. Da habe ich irgendwen, wo ich immer hin bin. Und ich habe grundlegend, ich habe vorne eine Krone. Also ich habe vorne einen Zahn, der ersetzt wurde, weil ich mit zehn oder elf oder zwölf oder so bin ich. Und dann habe ich rückwärts auf den Knien eine Rutsche runtergerutscht, was ich damals eine gute Idee fand. Und dann ist aber natürlich durch den Auswurf der Rutsche, also das letzte Stück, wo es so gerade wird, bin ich nach vorne und bin einfach mit den Zähnen aufs Ende der Stahlrutsche aufgeschlagen und habe mir meinen einen Zahn rausgeschlagen. Und dann war ich in der Kieferorthobildie in Heidelberg. Wie hieß die? Die hatte so ein, die war Welt, also jeder, jeder, der so, also ich hatte so richtig eine Zahnspange die ganze Zeit. Und jeder, der in Heidelberg da war, war auch bei der, ach man, fuck, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Aber egal, die hat auf jeden Fall, da musste ich sechs, sieben Jahre hin oder sowas. Mit dem Ergebnis, dass der Zahn am Ende abgestorben ist und einfach dann eine Krone, also ein Stift quasi reingesetzt wurde und dann da drauf sitzt eine Krone. Und die sieht man aber nicht so richtig. Also wenn man es weiß, sieht man es, aber so ganz grundlegend ist es, also es ist halt nicht so richtig sinnvoll, ne? Wenn man acht Jahre lang, ich glaube, ich war da alle zwei Wochen, dann haben sie quasi einen Zahn runtergezogen von oben mit so festen Zahnspangen. Und auch so, zwischendrin hatte ich mal ein halbes Jahr auch eins mit, mit durch den Nacken durch, weißt du? Also so, so ein Geschirr. Oh nein, so ein Pferdegebiss. Voll eine Kanne. So ein Pferdegeschirr. Krass. Gibt es ja Bilder davon? Da musst du, musst du die Mutter mal fragen. Du hast ja die Nummer noch. Musst du die Mutter mal fragen. Die Mutter hat ganz stolz geschrieben, wir haben die Henne geholt. Sie ist ja stolz auf jeden Fall. Habe ich kurz überlegt, ob vielleicht die Henne auch bei ihr ganz gut aufgehoben wäre, aber, ach ja. Nee. Hat sich keiner gemeldet bei dir? Ja, ja. Nee, nee, doch, er hat mich angerufen, fällt mir gerade ein. Ich habe ihn aber nicht zurückgerufen, weil ich gut unterwegs war die Woche. Muss ich nochmal machen. Vielleicht wollte er sich tatsächlich melden bezüglich, wo sollen wir denn die zweite Henne hinschicken. Er hat die natürlich gesagt, zu mir erstmal, ne? Ich habe gesagt, ja. Also ich habe mir auch geschrieben, ich habe gesagt, hört ihr mal den Podcast an und sage, ja hier, wir bräuchten eine zweite Henne und vielleicht gibt es ja eine. Und dann sagt er, working on it. Ah, okay. Mit Joko in Kontakt, was wahrscheinlich genau das ist. Ja, dann hat er mich deswegen angerufen. Dann muss ich mal zurückgerufen, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Aber ich wollte noch einen zu meinen Zähnen. Ich habe die schlechtesten Zähne der Welt. Ich habe ja wirklich oben, ich weiß nicht, ob ich dir das mal gezeigt habe, ich habe oben gefühlt das Bruttosozialprodukt eines Kleinstaates an Gold verarbeitet, weil oben Gold künzt. Weil Gold künzt. Wie wären Grills? Ja, ich habe wirklich oben alle, ich glaube, fast jeder zweite Zahn ist mit Gold gefüllt. Und unten habe ich nur Keramikfüllungen, weil unten siehst du halt, da guckst du halt rein, da hat der Zahnarzt gesagt, da müssen wir Keramikfüllungen reinmachen. Und ich habe, ich schwöre dir, zehn Zähne oder so, wo ich eine Wurzelbehandlung bekommen habe. Das war die schlimmste Zeit meines Lebens damals in Hamburg. Und das war, du bist mir schweißnass da raus und fix und fertig. Und dann hat er unten überall Keramik reingemacht und oben überall Gold, weil, halte ich fest, Gold damals günstiger war als Keramikfüllungen und er gesagt hat, oben sieht nie jemand, weil du halt, außer wenn du lachend deinen, ich lache sehr wenig, deinen Kopf in den Nacken wirfst, kann dir jemand da reingucken und sieht, dass da oben Gold ist. Deswegen machen wir unten Keramik und oben Gold, das kommt nicht günstiger. Ich habe ganz, ganz schlechte Zähne. Ich weiß aber nicht warum, weil ich war tatsächlich eigentlich immer, ich war mal bei Dr. Bröhr in Mönchengladbach und zur Belohnung, wenn ich bei Dr. Bröhr war und mich benommen habe, durfte ich danach immer, bei uns gab es einen McDonalds, da war ein Kinderkarussell im McDonalds und dann durfte ich immer im Kinderkarussell, im McDonalds auf dem Kinderkarussell durfte ich immer einen Hamburger essen und das war das einzige Mal, dass ich zu McDonalds durfte, wenn ich vorher bei Dr. Bröhr gewesen bin. Das war mein absolutes Highlight. Aber das macht doch keinen Sinn, wenn man beim Zahnarzt war, danach zu McDonalds dann zu dürfen. Also der Zahnarzt, da musst du ja hin wegen McDonalds und dann gehst du dann wieder. Das war ein relativ weiter Fußweg, das war dann so eine Stunde später ungefähr, gefühlt sage ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich auch Quatsch, ich wüsste gar nicht mehr, wo der gerade ist, ich überlege gerade, wo Dr. Bröhr in Mönchengladbach war, kriege ich gar nicht mehr zusammen. Naja, ist auch ein bisschen egal. Auf jeden Fall ist es alles schweineteuer und damit wir das bezahlen können, müssen wir einmal kurz in die Werbung gehen und dann können wir gleich wieder telefonieren und über unsere Zähne- und Zahnzusatzleistung, die wir dann. Und zwar geht es heute werbungsmäßig um Audible. Audible ist ein Hörbuchanbieter. Ich bin da schon lange Kunde, du auch Joko, ne? Schon Ewigkeiten. Ja, und da kann man fast alles, was es so gibt, kann man da sich runterladen. Gibt auch ein paar exclusive Podcasts, alles unter 10 Euro im Monat, dann kann man sich ein Hörbuch runterladen. Michelle Obamas Biografie gibt es da auch als Hörbuch und sonst sehr, sehr, sehr viele, sehr interessante Bücher, die dort dann auch von interessanten Leuten gelesen sind. Und das mache ich sehr, sehr gerne und fahre dann hier ein bisschen am Strand rum. Und das ist, ja, Hörbücher sind eine schöne Sache, finde ich wirklich gut. Dann möchte ich dir eine Empfehlung aussprechen, Paul. Ja. Das nächste Hörbuch, was du dir bitte anhörst, Up Against the Wall, Mission Mauerfall. Geschrieben von David Hasselhoff, gelesen von William Cohn. 30 Jahre nach dem Mauerfall, David Hasselhoff is back. Wenn du jetzt noch das Release-Date errätst, spendiere ich dir den nächsten Monat. Ja, wahrscheinlich der 3. Oktober als Tag der deutschen Einhaltung. Yes, baby. Ost- und Westdeutschland wieder zusammen. Der nächste Monat, der auf meinen Nacken. Wirklich, kommt es da raus? Nur bei Audible. Wow. Jo, vielen Dank, ne? Auf jeden Fall. Wo bist du eigentlich? Bist du unterwegs oder bist du zu Hause? In Los Angeles. Ich bin zu Hause. Ich bin in meiner Garage. Big City of Dreams. Ich hänge in Big City of, naja, Newport Beach. Die Rentnerversion von der Big City of Dreams. Es ist bestes Wetter. Es ist die beste Zeit. September, Oktober ist die geilste Zeit, weil immer morgens nicht mehr diesig ist und alles saugeil ist. Ich bin gut gelaunt. Ich habe wenig zu tun. Es sind zwei, drei Jobs, finden nicht statt, die ich eigentlich schon sicher eingeplant hatte. Weißt du noch, also vor acht Jahren oder vor fünf Jahren war ich ja noch ernstzunehmender Fotograf und habe noch fotografiert und nicht so ein Hallodri und Klassenclown, der ich jetzt bin. Und eins der schlimmsten Sachen an dieser Dreckswerbungsbranche mit den ganzen schrecklichen Werbeagenturen ist, dass du, wenn du für einen Job angefragt wirst, ist die Aufgabe von Werbeagenturen, drei Fotografen anzufragen. Also wir nehmen jetzt mal den Job für einen Autohersteller, ein Shooting. Dann fragen die drei Fotografen, dann triffst du dich mit den Artdirektoren und Kreativdirektoren, telefonierst mit denen vier, fünf Mal, machst einen KV, überlegst, wie könnte man das alles realisieren, wie macht man das alles. Und das ist ein sehr großer Aufwand, wobei der Aufwand, man muss investieren, das ist sowieso klar, aber vor allem ideologisch beschäftigst du dich vier Wochen damit, diesen Job auch zu machen. Weil sonst würdest du ja nicht gefragt werden. Möchtest du gerne Fotos von meinem Auto machen, ist quasi die Frage und dann redest du die ganze Zeit mit denen und dann nach fünf Wochen Arbeit und zwei persönlichen Meetings und zehn Telefonaten und hundert verschiedenen KVs, ob jetzt am Donnerstag das Auto dann rüber geschoben wird und dann fahren wir am Freitag in das andere Hotel, das ist aber 80 Euro teurer, also was planst du schon, kommt dann ein Anruf und dann sagen die, wir haben uns für einen anderen Fotografen entschieden. Jedes Mal dachte ich, seid ihr bescheuert oder was? Also was ist denn das für ein Ansatz? Also es ist immer so, drei bis fünf Fotografen müssen vorgeschlagen werden dem Kunden, die müssen so behandelt werden, dass man mit denen arbeiten würde und dann fällt erst die Entscheidung, mit wem man wirklich arbeitet. Aber gibt es irgendeine Kompensation für den zeitlichen Aufwand? Null. What? Gar nichts, das gehört dazu, das ist das, also das ist das, warum ich auch keinen Bock mehr darauf hatte, weil ich einfach für mich, wenn mich jemand fragt, wollen wir was zusammen machen beruflich, dann will ich nicht, dass der parallel mit vier, also er kann natürlich sich anders informieren, aber irgendwann ist ja relativ schnell der Moment, also wo man nicht mehr zweigleisig oder dreigleisig oder fünfgleisig fährt und so weiter, das ist einfach alles. Also Agenturen lassen sich das, glaube ich, von Kunden bezahlen mit Pitchgebühren. Da bist du als Agenturgründer ja wahrscheinlich ein bisschen wissender, aber Fotografen nicht, also so, das ist die klassische Werbefotografie, da gehört das dazu und genau das ist jetzt wieder passiert. Ich habe ein Shooting, also wir haben da sehr viel Zeit integriert und verschiedene Sachen verschoben und dort und das und hier und da. Aber die müssen doch für so einen Ausfall, die müssen doch für so einen Ausfall oder so aufkommen, weil wenn du andere Jobs hast oder gehabt hättest in der Zeit und du setzt quasi dann auf das eine Pferd, müssen doch zumindest, das finde ich jetzt nicht, also ich meine, ich bekomme auch kein Geld, wenn ProSieben kurzfristig eine Show absagt oder sowas auch schon vorgekommen ist, aber das ist ja eine andere Situation, ich bin ja in einer Festanstellung. Aber ich, also natürlich, klar, also es ist super ärgerlich, aber also de facto war das der erste und einzige Job in diesem Jahr, wo ich ausschließlich als Fotograf, also wo ich wirklich hingekommen bin, nur Fotos gemacht habe und keiner redet darüber, dass ich als Person dahin komme, ich rede nicht drüber, dass ich das mache, das ist ja nicht mehr meine Anfrage. Und jetzt, aber die Antwort, also wie viel Aufwand wir da reingesteckt haben, wie viel KVs wir geschrieben haben, der KV hat, ist Version 17, also wir haben 17 Mal Kostenvoranschläge gemacht für einen Riesen, das war was mit Segelbooten, wo man Segelbootebooten mieten musste, die entweder nach Cannes oder nach Sardinien oder woanders, also völlig wahnsinniger Organisationsaufwand und das alles ist ja jetzt, also so, so, es ist echt ein bisschen weird und am Ende ist es die Antwort, warum ich das auch nicht mehr machen will. Also so, es macht einfach, also sowas macht ja tatsächlich keinen Spaß. Aber war nicht so besonders negativ, weil ich habe mich tierisch gefreut, weil ich jetzt endlich mal hier zwei Wochen habe in Ruhe, weil sonst wäre das wieder Schlag auf Schlag und sofort wieder weiter und das nächste Ding und das ist dann tatsächlich sehr, sehr gut. Und was auch geholfen hat, ist die nicht so super Performance des Teams in Singapur, weil wir jetzt ein paar Termine hin und her, ich fliege nicht nach Japan und bleibe auch hier, also ich habe Japan wieder zurückgetauscht, das hatten wir so ein bisschen getauscht, weil, ja, gegebenenfalls ist ja vielleicht irgendwann und also ja, da habe ich jetzt ein bisschen Luft und das freut mich sehr. Das ist total geil, ich kann in den, heute Morgen bin ich um 9 Uhr zur Arbeit gefahren, mit meinem Skateboard in den Paris-Flagship-Store. Ey, wirklich, Paul, ich schäme mich immer noch, dass ich am Anfang so gelacht habe, mittlerweile beneide ich dich. Ich beneide wirklich, also ich bin total neidfrei, das weißt du auch, aber das finde ich wirklich einfach zu krass, dass du jetzt da die Straße runterrollst und zwei, dreimal links, rechts und dann bist du irgendwie in deinem Office da, das finde ich unfassbar. Also mega geil, also so der Boden ist jetzt draußen, also es ist jetzt so ein sehr rougher, wie eine Baustelle sieht es eigentlich aus vom Boden, ich finde es aber total geil, also ich das ist auch so, ich will es auch genau so haben. Geruch wird langsam besser, weil der Staub war schon sehr staub, also es war halt so ätzende Luft da drin, es ist sehr, sehr laut. Auch bei geschlossen Tür? Ja, ja, also das ist echt eine vielbestrahlung, also so ein bisschen wie wenn man an der A7, aber so 10 Meter entfernt von der A7 im Seitenstreifen, wenn da dein Büro ist, also so laut ist es, es ist wirklich crazy, wie laut es ist. Ich glaube, mehr als 50 Prozent der Zeit sollte man da auch nicht verbringen, weil sonst wird man da von den Abgasen garantiert sehr krank. Also das Foto, was du mir geschickt hast, ich habe das Wort selten benutzt, weil ich bis hier keinen richtigen Ansatz gefunden habe, aber Lid ist das, was hier, also wirklich. Komm, es sieht geil aus, oder? Unfassbar. Spiegelfolie und die ganzen, wie die sich die Palmen spiegeln und wie es da draufsteht. Und dadurch, dass du noch Paris Clubhouse draufstehen hast, also PCH, dann nebeneinander geschrieben und sich die schwarze Typo nochmal in der Spiegelfolie spiegelt. Das ist wirklich, das sieht aus, also ernsthaft. Und dann noch dieses rot eingerahmte, also das ist MoMA-mäßig. Naja, aber also es sieht aus wie ein Vorteil aus, und mit dem Schild vorne dran und so, es ist jetzt wirklich, und innen drin steht ja auch alles fertig. Ich bin auch sehr, sehr stolz, also ich freue mich auch richtig und Leute kommen vorbei. Es gibt zweierlei Menschen, die vorbeikommen. Also einerseits Deutsche, vielen Dank fürs Katzenfutter nach wie vor, wir sind inzwischen bei sieben Katzenfutter-Sachen. Wir haben aber auch schon acht von diesen Hoodies verkauft, das finde ich auch ganz gut. Also 800 Euro haben wir schon gespendet, auch für Vivercon Aqua. Aber grundlegend, ich habe eine neue Nutzung so ein bisschen rausgefunden. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, und das wollte ich dir erzählen, weil du ja auch jemand bist, der das schon erleben durfte. Also die schönsten Momente waren ja unsere Touren, wenn wir mit irgendwelchen Rollern und elektrischen Toys hier so nach Huntington rübergefahren sind, keine Ahnung, wie lange ist das, 20 Minuten, eine halbe Stunde, oder nach Newport hoch, vor das Pier, also diese Strandwege entlang. Du weißt ja, ich habe einen kleinen Hang zu zu viel elektrischen Toys, also ich habe ja doch zu viele davon. Und die bekommen jetzt so ein bisschen Nutzen, weil da waren so drei Boys aus Magdeburg, die ultra nett waren, sau, also so 32-Jährige. Tokio Hotel. Genau, Bill, Tom und aber ich war Montag, Dienstag war ich in New York, erzähle ich dir gleich, aber da war die ganze Zeit von Bill die Rede und ich immer so, ha, der Tokio Hotel, ah ja, nee, war Bill Gates. Und ich habe wirklich mehrfach so, der sieht aber anders. Also, ha, saugut. Aber auf jeden Fall, lasse ich, stehen jetzt, die elektrischen Toys stehen jetzt im Laden und wenn Leute zu Besuch kommen aus Deutschland, die das also richtig besuchen, dann können die sich das ausleihen. Dann können die quasi ein elektrisches Skateboard sich ausleihen oder das Fahrrad oder es gibt ja diesen Roller und dann verschiedene, also sechs oder sieben kriege ich ja hin, die sind jetzt alle geladen und dann kann man damit eine zwei Stunden Tour machen und dann hat man da auch was zu tun. Und zur Sicherheit müssen sie Katzenfutter da lassen oder? Ey, da geht doch, da kommt doch niemand vorbei und klaut das. Also, wenn jemand mich besuchen kommt und von mir sich ein Skateboard ausleiht und dann damit abhaut, dann kriegt er sowieso Krebs und seine Kinder werden krank. Insofern ist das, also, als Karma. Das geht, also ich meine, jetzt mal ehrlich, da wird doch nie im Leben jemand, das ist wie die Verleihkar. Weißt du, also diese Kamera, die mir immer gezockt wurde und die wir verleihen, das funktioniert ja, das wird immer mehr. Also, Leute geben was dazu. Leute machen ein anderes Objektiv dazu, machen eine Tasche dazu, verschicken die Sachen, haben einen zweiten Body. Das funktioniert so. Solche Systeme funktionieren. Also, ich bin mir sicher, dass niemand... Da bist du krasser als ich. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da schon so oft auf die Schnauze geflogen mit Menschen, die mich aus engstem Umkreis enttäuscht haben bei solchen Sachen. Aber ich finde es ja geil, ich finde es ja geil, dass es für dich funktioniert. Für mich funktioniert es immer nicht. Ja, und ansonsten kann ich da ein neues kaufen, wenn eins weg ist. Also, es gibt ja so ein paar, die nicht so gut sind, wo ich mich ein bisschen verkauft habe. Das ist das beste Wort, was du je gesagt hast. Da habe ich mich, da habe ich mich verkauft. Sellout. Sellout Ripkey. Oh, das finde ich ein mega Wort. Das müssen wir viel öfter sagen. Oh, ey, das ist total ärgerlich. Da habe ich mich verkauft. Leider sehr oft. Ich hatte eben so einen Moment, weißt du, als wir abends telefoniert haben, irgendwann mal, und dann habe ich gesagt, oh, ey, Paul, was ist mein größtes Problem? Ich habe mir die Zähne geputzt und ich habe noch Hunger. Und da hast du gesagt, Alter, das ist ein richtiges First-World-Problem. Eben, ich bin in Berlin im Hotel, eben hatte ich die Situation, ich lag in der Badewanne, habe Fernsehen geguckt. Und dann habe ich Hunger bekommen und ich war zu faul aufzustehen, um das Telefon zu holen und dachte mir so, das ist wirklich, ich habe kurz überlegt, ob ich ein Video für Instagram mache, aber habe dann gedacht, vielleicht kommt es ein bisschen großkotzig rüber. Ja, ganz klein wenig. Ganz klein wenig. Leute, ich liege hier gerade in der Badewanne. Die Probleme des neuen Lebens und so weiter. Oder man geht in die Dusche und hat keine Musik angemacht. Man hat den falschen Song auf der Sonosanlage. Per Voice-Over-Control, naja. Aber, ne, der Paris-Store läuft, es kommen Leute vorbei, es gibt verschiedene Sachen, das ist alles sehr, sehr schön. Es gibt eine eigene Insta-Seite jetzt, wo ich die Leute alle dann poste. Es gibt eine Doorbell, also so ein videomäßiges Ding, da drückt man drauf, dann wird man fotografiert. Also, auch wenn ich nicht da bin. Total geil, ich habe jetzt auch innen drin eine Kamera und einmal, ich habe jetzt so einen Sicherheitsalarm da gemacht und ein Mensch kam vorbei. Also, ein bisschen geil ist, dass du halt von drinnen siehst du ja raus. Und die Leute gucken dann manchmal so auch an die Scheibe und versuchen halt so reinzugucken. Und es ist sehr lustig, da einen Zentimeter von entfernt auf der anderen Seite so, lalala. Also, wenn man weiß, dass die andere Seite nichts sieht, kann man schon lustige Sachen machen, um es mal so zu sagen. Und einer war halt auch mal da, ich sehe das dann in der Kamera, als ich nicht da war und hat so an der Tür geruckelt und hat sehr doll geruckelt und dann ging der Alarm los. Ich habe jetzt einen Alarm. Und dann ist er so weggerannt. Und als der Alarm mal wieder aus war, ich habe ihn dann ausgemacht, kam er wieder zurück und hat halt in der Folie reflektiert sich das ja auch selber. Also, es ist eine ziemliche Foto-Opportunity, weil man quasi Selfies mit diesem Logo machen kann. Da sind Palmen, da ist das Ding, dann ist auf der Seite diese, was würde man dazu sagen, ein Mural von der Freiheitsstaat, auf der anderen Seite die Amerika-Flagge. Ein was? Ein Mural? Mural sagt man, glaube ich, dazu, zu einer Wandart, ja, aus ich als alter Sprüher, so nannte ich das. Nichtsdestotrotz, es ist schön, es ist lustig, es ist gut, es ist, alle Amerikaner, und dann höre ich auch oft darüber, alle Amerikaner kommen vorbei und gehen davon aus, und das habe ich ein bisschen unterschätzt, dadurch, dass du jetzt nicht mehr reingucken kannst und alles so geschlossen ist und der Name so ist, wie er ist, denken die, es ist ein Weed-Store. Ja, weil halt nebendran ein Smoke-Store ist und alle Geschäfte, die Gras verkaufen, sind ja so ein bisschen Club und Invitation-Only und man muss sich registrieren lassen und so, weißt du? Das hat ja alles so, Clubhouse hat auch das Gefühl von Weed verkauft. Ah, okay, ja. Und es ist ungelungen, es kamen schon über zehn Leute ran und wollten Weed kaufen bei mir. Ich habe überlegt vielleicht auf die alten Zeiten, weißt du? Als Sehenswürde. Ich bin vorbestraft, zwei Jahre auf Bewährung. Wegen BTM? Wegen Betäubungsmittel, ja. Also vielleicht könnte man das nochmal aufleben lassen, die alte Dealer-Vergangenheit. Aber die ist mir nicht egal. Du glaubst übrigens nicht, was mir passiert ist? Was? Ich habe dir letzte Woche doch erzählt, dass ich da Minigolfen war. Ja. In München, in dieser Max-Arena. Wie geht es denn überhaupt der Hand? Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Wie geht es der Hand? Ist die noch dran? Geruchsmäßig. Ja, ist noch da. Du hast mir so Schiss gemacht, als du mir dieses komische Ding da geschickt hast, dass man von irgendeinem Katzen... Aber der war geil, der Link, oder? Boah, ey, Alter, ich habe das gelesen. Über eine Million Leute sollen so eine krasse Krankheit davon haben. Ja, ja, das ist irgendwie, wenn man Katzenkacke angefasst hat und dann überträgt sich irgend so ein Keim und der zerfrisst einen von innen. I don't know. Ey, wirklich, ich habe das gelesen und ich war wirklich so ganz kurz, scheiße, soll ich jetzt nochmal zum Arzt gehen? Ich bin natürlich nicht zum Arzt gegangen, weil irgendwann war der Geruch weg und es ist ja auch kackegal und es juckt auch nicht mehr dann. Aber ich war... War es denn das Worte? Ja, genau. Aber das war dann nochmal so kurz im Moment, wo ich dachte, will der vielleicht doch zum Arzt gehen? Aber das sah dann auch so. Dann zeigst du ihm die Hand und sagst, ja, gucken Sie mal hier, da habe ich einen Scheiße gefasst. Das hat vier Tage richtig unangenehm gerochen oder fünf, das war länger, unangenehm gerochen. Hat auch ein bisschen gejuckt und jetzt hat mein Freund so ein Links. Ich glaube nicht, dass ich hypochondrische Tendenzen besitze, aber in dem Moment war ich ganz kurz so, soll ich das checken lassen? Aber habe ich nicht gemacht. Alles gut, riecht wieder ganz normal. Aber es geht wieder gut. Es geht wieder gut, ja. Aber welche Mail hast du gekriegt? Ich habe eine Mail bekommen von den Herrschaften, die dieses Max Area Minigolf Ding da und dieses Laser Maze, heißt das, gebaut haben. Und ich war so ein bisschen irritiert, weil ich habe dir wohl, ich habe wohl dir davon erzählt, in einer Art, dass es so rübergekommen wäre, als wenn die Mitarbeiter irgendwie drauf gewesen wären, während sie das da irgendwie gebaut haben. Aber was ich ja eigentlich nur gesagt habe, war. Letzte Woche. Ja, ja, genau, letzte Woche. Ich habe dir noch erzählt von diesem hier, wo alles so gesprayt war, genau, alles angesprüht im Schwarzlicht. Und die waren jetzt wohl etwas pekiert. Und dann haben dann nur gesagt, ey, pass mal auf, ist nicht witzig, weil für uns als Unternehmen, und ich hatte ja in keinster Weise vor, irgendwie ein Unternehmen da irgendwie an Pranger zu stellen, dass da die Mitarbeiter irgendwie irgendwas konsumiert haben. Aber jetzt, ey, ich meine, also du hast gesagt, die sind benebelt, die sind drauf, weil sie, wenn man sprüht, ich bin ein alter Sprüher, und als Sprüher bist du ja das, was ist das denn für ein Gas? Da sind ja Gase drin, das sind, das sind, also, da sind man ja benebelt. Und wenn man das nicht draußen macht, auf jeder Sprühdose steht drauf, nur draußen verwenden, und wenn man das dann drinnen benutzt, natürlich hat das, das war doch das, was du meintest. Ach, das ist ein Quatsch. Schreib zurück, so war das nicht gemeint. Hey Bro, Hashtag Hey Bro, sorry, no hate, aber ich meinte einfach nur die Sprüher. Die waren doch garantiert auch nicht die Angestellten von denen. So, Punkt. Und es hat ja auch nur irgendein random Dude, der da irgendwie Minigolf gespielt hat, hat ja auch nur gesagt, ey, die müssen ja total drauf gewesen sein, als sie das gesprayt haben. So, aber egal, wurscht, aber ich fand's ... Deutschland. Ja, welcome to Germany. Alles Gute. Aber ich war ganz kurz, da hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte mir so, Mensch, ich hab dir das erzählt. Brauchst du mich, ja. Nein, aber du kennst mich ja, ich bin harmoniesüchtig. Ich denk mir immer so, hä, ich mein's doch gar nicht böse. Aber dann machen wir doch jetzt was Schönes, weil eine Sache müssen wir gleich noch bestimmen, das können wir jetzt machen. Ein Gewinner des Sushi-Bikes. Wir haben, weißt du, in der Newsletter von Freitag haben wir einen Fahrrad verlost, wer auch immer sich da angemeldet hat, durfte dann da mitmachen. Das ist wahrscheinlich das erste Sushi-Bike, was wirklich aus der Charge dann rauskommt. Im Januar kommen die, ne? So wie es aussieht, Januar, ja. Und dann die allererste Bestellung geht dann an den Gewinner von den Newsletterleuten. Die haben alle eine Mail geschrieben und ich hab das jetzt hier offen und du musst mir jetzt helfen, einen Gewinner. Also ich hab quasi den Web-Mailer offen des wunderbaren Programms und da sind knapp 6.500 Leute haben da mitgemacht und haben eine Mail geschrieben. Also wenn es was sonst gibt, dann machen Menschen mit. Und die hab ich jetzt offen und ich hab quasi ein Suchfenster offen und du musst mir jetzt Buchstaben, Zahlen oder Zeichen geben. Und ich, wenn die Mail, bis halt einer übrig bleibt. Weißt du? Ist das Quatsch, wenn ich sage AWFNR? Weil alle AWFNR... Kannst du anfangen. A, also A, W, F, N, A. Joko, das ist ja die Adresse, ist ja Sushi-Ed, haben wir schon R gewesen. Ich wollte den Gedanken, hatte ich ja, du hast mich nur nicht zu Ende. Nicht eine Einzige. Okay, okay. Also es sind immer noch genau so viele wie davor. Sag mal ein paar andere Buchstaben, die das Ganze elementieren. Okay, dann J. J. Ja, weiter. Oh, mit einem Schlag nur noch sechs Leute. Wirklich? Ja. Okay, das heißt, wir müssen gucken, dass wir es auf einen runter reduziert bekommen. Ja, wenn alle weg sind, P. Keiner mehr da. Keiner ist J und P, musst du was anderes sagen. Okay. Also bei J ist jetzt noch Jasmin, Franz, Julius, Björn, Jan und Jan. Aber jetzt also, die Vornamen vergisst du jetzt wieder, sondern du musst jetzt mit dem Nachnamen was sagen. Okay, ähm, K. K. Ja, hast einen Gewinner. Franz Kemmer hat gewonnen und hat geschrieben, ich brauche das Sushi-Bike und zwar für die tägliche Fahrt zur Arbeit. Übrigens alles Gute zur goldenen Henne. Und er kommt aus München. Das ist doch gut. No way. Franz Kemmer, ja, kennst du Franz Kemmer? Nee, aber das ist ja absurd, aus 6.500 Leuten jemanden aus München auszuwählen, der dann auch noch genau, warum wir es gemacht haben, sagt, ich will damit zur Arbeit fahren. Mega gut. Ja. Das freut mich voll. Ja, also perfekt. Glückwunsch. Wer hat hiermit gewonnen, dem bringst du ihm dann persönlich vorbei, oder? Bring ihn persönlich vorbei, 100 Prozent. Das ist doch schon mal gut. So, was hast du noch gemacht diese Woche? Erzähl doch mal bitte. Och, einige. Wo warst du? Was ist passiert in deinem Leben? Also ich war im Oktoberfest natürlich, ist Oktoberfestzeit. Boah, was hast du erzählt? Ich hatte wirklich, ich war eingeladen hier, du kannst dich noch erinnern, als wir in Rottach-Egern da waren, bei meinem alten Kumpel. Ja, ja. Ja, genau. Der hatte eingeladen. Am Tegernsee? Am Tegernsee, genau. Und der hatte eingeladen. In der gehobenen Gesellschaft, würde ich sagen. Ins Schützenzelt. Und es hat schon mega gut angefangen, weil ich hatte noch einen Termin davor und es war alles super tight und dann musst du bis zu einer gewissen Uhrzeit, wenn du so einen Tisch hast, musst du da sein. Aber das war natürlich auch auf der einen Seite Quatsch, weil er hatte ja die Reservierungen, er musste zu einer gewissen Uhrzeit da sein. Was aber sehr lustig war, er hatte auch mittags um zwölf schon Stammtisch im Augustinerkeller und du denkst natürlich, du kommst an diesen Tisch und alle sind normal. Die waren alle schon etwas fortgeschrittener im Stadion, als ich es war, was aber super war, weil ich kam an, bin dann auch relativ easy da ins Zelt reingekommen. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber die Leute erkennen einen ja dann auch, die Sicherheitsleute und man hat so ein Ticket in der Hand und die dann so, ja, ja, komm rein. Dann gehst du durch, ich wusste ungefähr, ich hätte mir vorher den Plan vom Zelt angeguckt, an welchen Tisch ich muss und dann gehe ich rein und dann hast du aber immer in diesen Bereichen, du hast dann im Zelt, gibt es diesen Mittelbereich, wo alle auf den Tischen tanzen und drumherum gibt es dann immer noch so einen Bereich, wo du dann einen Tisch reservieren kannst, wo du auch essen kannst und so. Und wir hatten so einen Tisch und dann zeige ich der Dame, die an diesem Bereich da zuständig ist, um die Leute da reinzulassen, dass da nicht jeder reinkommt, weil natürlich sonst irgendwann auch die Leute anfangen würden, diese Tische zu belagern, wo die Leute aber in Ruhe essen wollen. Und dann zeige ich ihr das Ticket und dann sagt sie zu mir, ach das, nee, guck mal, da steht erster Zehnter drauf, das ist für nächste Woche Dienstag. Und ich so, ich Idiot, mach mir den Stress meines Lebens und bin eine Woche zu früh hier, tut mir total leid, geh raus, ruf ihn an und sag, nur wenn ich so, ey, ich bin so ein Idiot, ich hab hier irgendwie das falsche Ticket oder ich hab hier das Ticket und es ist das falsche Datum. Ich bin heute am Zelt und meinte so, ja, tut mir total leid, ich hab irgendwie sechs Leuten das Falsche geschickt, ich hab nicht gecheckt, dass da andere Daten draufstehen. Wir sind natürlich heute hier, du musst sofort wieder reinkommen. So, und dann haben wir das Ding, dann haben die Securities gewechselt und da wollte er mich nicht reinlassen, weil ich das falsche Ticket hatte. Und es ist ja auch nicht so, dass du dann nochmal anrufst und jemand sofort rangeht, weil wir hatten es ja gerade geklärt und es ist halt ultra laut da drin, man hört es auch nicht oder man kriegt es nicht mit. Dann hab ich eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis ich irgendwen gefunden habe, der so aus Kulanzgründen, wo ich ihm erklärt habe, pass mal auf, die sind da drin, er hat mir das falsche Ticket geschickt, ich möchte jetzt da rein, weil ich hab ihn gerade angerufen, ich erreiche ihn nur gerade nicht. Ja, aber wenn du ihn erreichen könntest, dann könnte er wenigstens rauskommen. Ich so, ich weiß, es tut mir total leid, aber könnten wir das klären? Und dann bin ich wieder rein, er hat auch dann alles funktioniert irgendwann, weil dann irgendwer meinte, sag mal du hier, und dann bin ich so, ja, kannst du mich nicht dahin begleiten, ich zeig dir, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und dann die Dame wieder, das ist das falsche Ticket, ich so, nee, ich muss jetzt hier rein und dann kann ich es auch tauschen, er hat die Tickets falsch versandt, ja, kein Problem, dann hat es auch dann endlich irgendwann geklappt, aber es war dann schon so, man ist ja dann manchmal auch, das ist immer eine super nette Runde, die er da um sich herum hat, aber die kennt man jetzt alle nicht so gut und ich war so happy über so einen Conversation Starter, das war so wirklich für mich, ach geil, jetzt kann ich erzählen, dass ich hier gerade das falsche Ticket hatte und wie witzig, aber das Blöde war ja, die Geschichte hatte fast jeder an diesem Tisch und damit war die Geschichte auch hinfällig. Und ich hatte versucht, wirklich nicht zu trinken, das schiebe ich voraus, ich hatte ja, ich habe dir letzte Woche auch schon gesagt, ich habe schon ein bisschen gesagt, Ja, aber, nee, aber ich hatte Angst vor dem Oktoberfest, weil Oktoberfestbier zieht dir die Schuhe aus, wirklich. Das ist doller, ne? Es ist einfach doller und es ist einfach auch, weil du sofort einen Liter trinkst, ich meine, das sind dann irgendwie drei normale Flaschen, das heißt, wenn du einen so einen Mars-Cook da getrunken hast, dann hast du drei Bier getrunken, dann ist es auch noch stärker und ich habe nie gute Erfahrungen gemacht mit diesem Bier, deswegen habe ich dann... Wie viel Mars hast du getrunken? Äh, fünf. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, aber saure Radler. Ich habe saure Radler getrunken, das heißt, mit Mineralwasser gemischt. Das heißt, es ist kein Süßer... Du hast auch viel Pinkeln. Sehr viel Pinkeln, ja. Und dann gab es aber einen Megamoment und da muss ich wirklich sagen, es gibt ja Phasen im Leben, da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht nicht öffentlich erkannt wird, weil man einfach dann seine Ruhe haben möchte oder so, aber die Belegschaft war halt total nett. Und dann wurde mir etwas zuteil, was ich als eine wahnsinnige Ehre empfand und ich möchte auch nochmal vielen, vielen Dank sagen an irgendeiner Stelle, wenn ich da die Gelegenheit für bekomme, an die Kollegen vom Schützenzelt da, ich durfte Bier zapfen im heiligsten des Schützenfestzeltes an der Bierzapfstation. Und da war wirklich, mir fällt es da leider nicht mehr ein, weil der Abend noch drastische Wendungen genommen hat im weiteren Konsum von Alkohol, aber ein unfassbar cooler Bayer, der da zuständig war, das Bier zu zapfen, der in einem Affen-Tempo die Bier da rausgehauen hat. Also es war wirklich faszinierend, wie der einen Krug nach dem anderen, das Ding ist durchgelaufen. Also er hat wirklich das Fass auf Laufen gestellt und hat die Bierkrüge da drunter gehauen. Und er meinte so, und jetzt du, ich habe gefühlt zehn Liter Bier daneben laufen lassen. Und er meinte, oh, das schöne Bier, das schöne Bier, das schöne Bier. Aber es war halt ultra geil, weil man halt so ein Teil von dieser Oktoberfestkultur wurde, weil man halt einfach dann da war. Aber irgendwann hat er auch angefangen, dieses Bier mächtig in den Kopf reinzuschrauben. Und wir sind dann noch ganz kurz, Lorenz ist ein Freund von Ritschi, den kennst du ja auch hier, vom Unit, vom Fitness. Und Ritschi und Jana, die dieses Unit machen oder beim Unit dabei sind, die sind auch immer in der, es gibt noch eine Schnapsbar im Schützenzelt. Und das war mein Verhängnis, dann bin ich in die Schnapsbar und dann waren die natürlich da. Dann haben wir da irgendwie zwei, drei Kurze getrunken, was gar nicht meine Absicht war. Ich wollte eigentlich nur Hallo sagen und habe zwei, drei Kurze bekommen. Und das ist dann auch nochmal tödlich. Und dann sind wir von da aus aber nochmal weiter. Ich habe da noch so eine Truppe von, kannst du dich noch an die Jungs hier erinnern, die auch dabei waren, als wir am Tegernsee waren, die beiden Jungen. Der eine mit den dunklen und der andere mit den hellen Haaren. Genau, da sind wir noch weitergezogen. Genau, in ein anderes Zelt. Haben da noch Flo, einen Kumpel getroffen und hier Johannes, kennst du auch, haben wir auch getroffen. Dann war, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier... War der FC Bayern Abend, oder? Ja, es war der FC Bayern Abend. Und Niklas Süle ist einfach eine fucking Maschine. Es ist unfassbar. Es war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Das ist ein Kalb, ne? Das ist echt krass, was das... Das ist eine Maschine. Genetisch ist das krass. Der ist eine ultra krasse Maschine. Das ist echt krass. Das ist wirklich... Also der Typ ist... Ich meine, wenn du den im Fernsehen siehst, ist der schon eine Erscheinung. Und dann steht der vor dir und der ist, ich schwöre dir, Hulk, aber ohne grün zu werden. Der ist dreimal drei Meter groß. Das ist unfassbar. Ich habe noch nie einen Menschen von dem Format gesehen. Und hatten da einen sehr lustigen Abend und es war aber dann auch schon fortgeschritten, weil da ist ja dann auch immer so elf, halb zwölf, ist da immer Feierabend. Und dann hat es sich zugetragen, dass ich nach Hause wollte und dann nochmal so den Weg durchs Zelt ging. Und dann saß einer von den Boys hier, von denen ich eben sprach, saß da, ich formuliere es einfach mal vorsichtig, sehr desolat. Auf der Kotzwiese? Oder es gibt doch eine Kotzwiese, oder? Nee, die Kotzwiese. Ey, das ist auch so ein Phänomen. Oktoberfest, du kannst, wenn du am Oktoberfest vorbeiläufst, oben außenrum an der Theresienwiese, du kannst die ganze Zeit eigentlich nicht reingucken, weil die Zäune abgehangen sind. Warum auch immer, die Zäune sind abgehangen. Du kannst nicht rein, ist ja auch ultra high security da. Du wirst gefilzt und alles, was ja auch richtig ist, weil man ja eine friedliche Wiese möchte. Aber an der Kotzwiese, warum auch immer, hängt keine Sichtbarriere. Ah, ich weiß nicht, ich habe mir dann überlegt, entweder für den Voyeurismus oder um zu gucken von außen, ob die Freunde da liegen, I don't know. Es ist auf jeden Fall super absurd. Auch um die Vitalwerte zu überprüfen. Also ich meine, ich kenne nur so Reportagen, wo Leute, wo die alle, also ich meine, die sind ja alle. Also der Typ war auch. Er war, sagen wir mal so, game over, nicht ansprechbar so richtig. Und dann habe ich halt gedacht, okay. Aber da gibt es auch so eine Wiesen-Wache. Notaufnahme. Den hast du, wirklich? Mit zwei Securities habe ich den in die Notaufnahme getragen, weil ich natürlich jetzt auch nicht mehr der Nüchternste. Aber auf der Wiesn gibt es da Notaufnahmen. Auf der Wiesn in die Notaufnahme gebracht. Hört er dich angekotzt dabei. Das kotzt mich jetzt an. Gott sei Dank nicht. Sag mal so, es gab Momente da, egal. Hat er sich gemeldet seitdem? Erinnert er sich dran? Ja, lass mich kurz erzählen, weil es wurde wirklich gut. Dann bin ich halt da rein. Und für den Moment, weil man will dann ja einfach in dem Moment nur helfen und will, dass es ihm besser geht. Und vergisst so ein bisschen, auch aufgrund des, dass man selber was getrunken hat, dass Leute einen ja erkennen könnten. Und dann bist du halt auf dieser Notaufnahme, also dieser wirklich, das ist wie ein kleines Krankenhaus auf dem Oktoberfest. Und alle so, äh, Jungs, das ist ja unglaublich. Und dann denkst du so, oh Gott, nein, natürlich. Jeder checkt sofort, wer du bist und alle wollen ein Foto machen. Ich so, Leute, es gibt bessere Orte, um Fotos zu machen. Bitte kümmert euch um eure Freunde und weiß ich nicht was. Dann hab ich so eine Nummer bekommen, 1544, das weiß ich doch, das war meine Nummer, muss man sich auch mal vorstellen. Die fangen wahrscheinlich morgens bei eins an, äh, geh ich mal von aus zumindest. Und ich war nur bei 1544 an dem, also vielleicht ist auch nicht der Tag oder es war die Wiesen im Allgemeinen, I don't know, aber irgendwann werden sie ja mal mit einer Zahl angefangen, aber ich war 1544. Und dann waren wir da, er wurde dann quasi in diesen, also wie klassisch im Krankenhaus, man wartet vorne und hinten wird man dann behandelt. Und dann kam irgendwann einer von den Ärzten raus und meinte, ja, sie können jetzt zu ihm. Und ich so, das ging aber schnell. Dann meinte er, ja, er ist doch schon wieder ganz schön frech und hat so zwei, drei Sprüche gedrückt. Und ich so, oh, das war ein bisschen übermütig dafür, dass der ja gerade eben noch kaum laufen konnte und sich im Laufen da auch zwei, dreimal noch entledigen musste. Und dann gehe ich rein, stehe vor diesem Typen und meine so, äh, sorry, den hab ich nicht hierhin gebracht. Und dann sagt der Typ, der etwas vorlaut auch ja schon zu den Ärzten war, mit so einer vollgekotzten Tüte in der Hand, das glaub ich nicht. Jucko, was machst denn du hier? Und ich war so, oh Gott, wie schlimm kannst du denn werden? Und ich so, Entschuldigung, weil da war natürlich auch der Teufel los, ich so, Entschuldigung, hätte jemand ganz kurz Zeit, das ist nicht der, den ich gebracht hab, aber das ist aber die Nummer. Dann haben die irgendwie die Nummern vertauscht. Das sind 55, ja. Zahndreher. Genau, Zahndreher drin. Und dann meint der so, aha, wen haben sie denn gebracht? Und dann meint er so, ja, so ein, so ein, so ein, hab ich ihn halt beschrieben, ich will jetzt hier nicht zu sehr beschreiben. Hab ich ihn halt beschrieben. Und die so, ah, okay, und dann macht der so einen Vorgang beiseite, der. Und dann war es wirklich so, oh, und ich so, ja, genau, er ist es. Aber das war so absurd. Das war so absurd. Oh, genial. Und der war aber immer noch Game over. Der war total Game over. Ich glaube, wenn du da arbeitest, ich glaube, das ist echt ein Scheißjob. Beziehungsweise vielleicht ist es auch, die machen natürlich einen unfassbar lebensrettenden Job. Wahnsinn. Aber ich meine, der Dings, wir haben mal, ich war mal bei Sonne, Mond und Stern. Nee, Sputnik Spring Break. Und da ist mein Freund Materia, sagen wir mal, am Abend davor sind wir mit dem Nightliner angekommen. Und am nächsten Tag war der Auftritt um 21 Uhr. Wir sind aber am Abend davor, weil die ja alle aufbauen müssen. Dann kommst du da quasi aus Berlin an um neun, ist drei Jahre her oder so und dann kamen wir da um zwölf an und dann wurde schon auf dem Weg, wurde schon mal ein bisschen getankt und dann als wir ausgestiegen sind, bin ich so, ja, ich gehe jetzt pennen, so. Und Martin ist so mit zwei Leuten so, ah, ich gehe noch mal kurz übers Festival. Ich sag mal so, als ich ihn am nächsten Morgen um elf Uhr wecken wollte, um mit ihm gemeinsam zu filmen, habe ich ihn nicht gefunden. Und dann habe ich aber so, also niemand wusste, wo er ist und alle Telefone waren aus. Und ich habe aber über markierte Insta-Stories von Materia. Also ich habe ja den Zugang gehabt von ihm und habe rausgefunden, wo er war und bin dann quasi mit den Veranstaltern, mit so einem Quad, den Markierungen hinterher gefahren und gefunden habe ich ihn mit so einer Menschenmeute von 30 jungen Menschen, alle oberkörperfrei angemalt, die ihn in einer Schubkarre über das Festivalgelände, aber auch schon so im erweiterten Festivalgelände und waren gehörig am Raven, sagen wir es mal so. Und dann haben wir ihn da gepackt und zurückgemacht und ich meine, das waren dann noch fünf Stunden bis auftritt, alle waren so ein bisschen so, wir müssen mal gucken. Und da war dann eben auch die Ärztin, die dorthin kamen und dann quasi ihm Kochsalzlösungen geben, die ja meist zur Dealkoholisierung. Und die hat schon ein, zwei, also alkoholisierte Menschen neigen ja dazu, auch Leute ein bisschen nicht so nett zu behandeln, sagen wir es mal so. Und die hat da so ein bisschen was abgekriegt und ich dann immer so, ja, sorry, das ist jetzt also ein bisschen betrunken und die Leute sind ja alle und was auch noch. Und dann hat der, dann hat die aber so zu mir gesagt, wissen Sie, das ist, also das ist gar nichts dagegen, bin ich völlig gewohnt und das ist total nett noch und so normalerweise hat die mir erzählt, wie sie sonst angeschrien wird, während sie ja Leuten hilft. Und da dachte ich mir nur so, ey, Hut ab vor dem Job, dass du quasi Leuten hilfst, die nicht geholfen werden wollen. Und also, das ist übrigens die Übermenschlichkeit des Martin Lazzini. Drei Stunden später steht er auf der Bühne und reißt die Bühne ab mit einer perfekten Show, kein einziges Mal verrappt, alles perfekt, alles wunderbar. Das ist einfach ein Übermensch. Krass. Das ist wie Niklas Süle. Aber Entschuldigung, dass ich ein bisschen ausgeschweißt bin. Nee, alles gut. Aber da muss ich auch sagen, das fand ich auch das Faszinierende da, weil die ja auch so eine Engelsgeduld haben müssen. Das ist ja, du hast ja nicht, du sagst ja nicht, Entschuldigung, könnten Sie bitte mal, dann passiert das. Sondern die müssen ja alles 20, 30 Mal erfragen. Also für mich wäre das gar nichts. Ich bin schon durch, wenn ich Sachen zwei, dreimal erfragen muss. Unglaublich. Also ich hatte auch den allergrößten Respekt, war auch total bemüht, denen so sehr, wie es eben ging, halt zur Seite zu stehen. Aber die meinten halt irgendwann dann aus. Ja, Entschuldigung, wir machen jetzt hier eigentlich dicht so. Ihr seid die Letzten. Wir machen dicht, ist doch gut. Ihr seid die Letzten. Und dann sind wir halt los. Dann war das wirklich, das muss man sich fragen, also unglaublichsten Menschen, die haben mich noch begleitet bis zum Taxi. Aber finde mal einen Taxifahrer, der dich dann mitnimmt. Wenn du im Schlepptau jemanden hast, der sagt, mir geht's nicht so gut. So, dann habe ich einen Taxifahrer wirklich, wir haben uns gegenseitig überboten, was ich ihm dann zahlen muss. Was ist der vom Unfall? Ne, oh, das wäre gut gewesen. Das wäre so gut gewesen, wenn wir da nochmal. Das wäre noch nett. Da hätte ich mich wirklich persönlich gefreut. Der hätte wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Haben wir dann aber hinbekommen. Und das muss ich sagen, und das ist vielleicht so die Moral von der Geschichte. Man kennt das ja auch noch von früher. Also, weißt du, von sich selbst. Also, dass es so Abende gab, wo sich irgendwer gekümmert hat. Und ich fand es irgendwie persönlich total schön, dass ich endlich mal so einen Abend hatte, wo ich das zurückgeben konnte. Weil ich bin früher auch teilweise, da hat jemand meinen Kopf aus dem Fenster gehalten beim Autofahren. Und ich habe das Auto von außen voll gespuckt, so, weil ich einfach mich komplett übernommen habe. In dem Fall war es ähnlich, nicht so schlimm, wie ich es gerade beschrieben habe. Aber am nächsten Tag kam halt eine SMS voller entschuldigender Worte und voller Scham. Und irgendwie war das in so einem Moment so herzlich und so ehrlich, dass ich mich richtig gefreut habe, auch wenn ich mir da gefühlt zwei Stunden meiner Lebenszeit um die Ohren gehauen habe für nix und wieder nix. Aber man hat was... Du warst quasi die Oktoberfest-Version von Gary V. So eine Art Alkohol-Mentor. Ja, wenn du so willst. Das ist doch schön. Das ist aber doch der Tag schon was ich habe. Never accept a no. Aber du warst doch auch blau, oder nicht? Ja, aber das war auch das Ding. Man hat sich dann so hart zusammengerissen. Man hat auch so noch diverse Wodka-Shots da irgendwie gehabt und dann irgendwie das ganze Bier. Man hat natürlich dann auch nicht gesagt so, ah ja, verstehe, okay, ja, klein Problem, dann warte ich draußen. Und dann wahrscheinlich war es eher so, hm, okay, ja, ja, hm, draußen war, ja, kein Problem. Das Video, was du mir da, also der eine Aufsager, den du für meinen Insta-Account gemacht hast, da warst du aber auch nicht mehr nüchtern, oder? Da war ich stocken nüchtern. Wirklich? Dann bist du ein sehr guter Schauspieler. Apropos Video, ganz kurz, ich will kurz in die Werbung gehen oder wir wollen kurz in die Werbung gehen, damit ich dir erzählen kann, was mein Internet-Moment diese Woche war. Bitte. Und dann kannst du mir gleich erzählen, ob ich habe eine Frage. Ist Tim Cook da gewesen? War Barack Obama, der war doch auch auf dem Oktoberfest, habe ich gelesen, war der da? Hast du ihn beim Pinkeln getroffen? All das, ja, all das und noch viel mehr gleich nach der Werbung. Mein Ohr-Moment dieser Woche ist, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Klaas hat bei der Late Night Berlin eine Matz gehabt, wo sie an neuralgischen Punkten, wo häufig Fahrräder gestohlen werden in Berlin, unfassbar geile Fahrräder angekettet haben und sich nachts auf die Lauer gelegt haben in einem Bauwagen und gewartet haben, bis Fahrraddiebe vorbeikamen, die das Fahrrad klauen wollten und haben dann einen Zinnober da veranstaltet, der seinesgleichen sucht unfassbar gut, wirklich mega gut. Hast du noch nicht mehr angeschaut, aber kannst du mir das schicken? Kannst du mir die Datei, hast du das als Videodatei? Ne, 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 ich schick dir keine, wir haben so viele Apps, wo ich irgendwas hochladen muss, ich komme einfach durcheinander, ich kriege es nicht mehr hin. Aber ich habe eine Lösung, also du bist aber auch ein bisschen, es ist ein ganz normaler Ablauf, man muss vier unterschiedliche Stufen machen und dann kann man ein Video quasi von dem Server speichern mit Teilen als und dann unter und dann in was auch immer, aber es gibt eine Lösung für das, es ist die Cloud von O2, O2 Cloud, deine Cloud mit unendlichem Speicherplatz. Es gibt für 4,99 Euro im Monat und monatlich kündbar jetzt bei O2 tatsächlich eine Cloud und als einziger Anbieter eine, die unendlichen Speicherplatz anbietet, also egal wie groß die Videos sind, egal was sonst so dabei ist, du kannst alles dort speichern, von Fotos über Musik zu E-Mail anhängen, egal was auch immer. O2 Cloud, die Freiheit, unlimitierten Speicherplatz zu haben. Okay. So weit, so gut, da sind wir wieder. der, also hast du, hast du Tim Cook Apple getroffen? Der war da, habe ich gesehen. Wirklich? Habe ich nie mitgekriegt. Nicht getroffen. Hast du Barack Obama getroffen? Äh, nicht auf Erwiesen. Aber. Aber, ja. Aber. Nein, aber, wer, wer, wer. Er war auch in München. Deswegen, also ich habe es ja gesehen. Ja, ja. Ich habe einen Artikel gelesen, dass es nicht so ist, aber es ist auch in München gerade. Alle sind in München. Bits und Pretzels ist das Ding. Bits und Pretzels, ja. Da warst du wahrscheinlich auch, oder nicht? Da war ich, genau, der, der Felix, der die Bits und Pretzels macht. Das ist doch genau dein Turf, oder nicht? Das ist genau mein Turf. Gründer, Entrepreneurs unter sich, erfolgreiche Startup-Unternehmer. Co-Founder, Billionaires, Venture Capital Fonds. How to make it Yoko C. Winterscheid. VCs und wie, nein. Ne, war ich tatsächlich, weil Felix, einer der Gründer der Bits und Pretzels ist, ist ein Freund und der hatte mich gefragt, ob ich rumkommen wollen würde. Ich war auch schon zwei, drei Mal vorher da. Du hast keinen Eintritt gezahlt, weil es kostet ja wahrscheinlich 1700 Euro, so eine Konferenz, oder? Was kostet du noch mal das Ticket? Das kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe aber tatsächlich, weil Felix ein Freund ist, zwei Panels moderiert für Lau, weil er mich gefragt hat und das hatte er aber tatsächlich Wo ging's da? Einmal um Innovations, also wo geht die Zukunft hin, AI und alles. Warum hast du das gemacht? Da bist du ja klassisch Moderator. Ja, fuck you. Ich rechtfertige mich auch noch, ihr Idiot. Du blöde Sau. Entschuldigung. Das kriegst du wieder. Ja, ja, klingt wieder. Okay. Was war's noch? Was war's noch? Einmal Standort München quasi, weil München ja schon irgendwie auch mit. Du hast eingesetzt. Ein Bayerischer. Bitte? Ich halt eine. Nein, aber das ist ja wirklich ganz interessant. Nein, das ist doch cool. Ich finde es auch, also ich habe auch das Programm tatsächlich gelesen, dieses, also die machen doch jedes Jahr, die haben doch schon Kevin Spacey da gehabt und was auch immer. Richard Branson. Jan Böhmermann. Stefan Raab. Nico Rosberg war da glaube ich auch schon. Nico Rosberg war da auch schon. Bömi war da diesmal? Bömi war da, ja. Was hat er erzählt? Ich saß mit Jan nebeneinander, vorne in der ersten Reihe. Und, ihr als Podcast-Magnaten untereinander? Haben wir tatsächlich gar nicht drüber gesprochen. Und es war auch, ich fand es auch angehen. Über den dicken Klaas habt ihr auch nicht geredet? Über was? Über den dicken Klaas. Wann weißt du das für ein? Sag mal. So nennt er mich immer. Ich wollte wissen, ob ihr über mich geredet habt. Ach, der dicke Klaas. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte bei euch. Sorry, jetzt habe ich nicht geschaltet. Nee, haben wir nicht. Wir haben uns kurz gesehen und waren beide, Jan sehe ich jetzt auch nicht so häufig, aber es war sauangenehm, sauentspannend. Sehr nett. Es war sehr lustig, weil wir die Rede des bayerischen Wirtschaftsministers, der wirklich Ur-Bayer ist und dann eine Rede auf Englisch gehalten hat und die wiederum dadurch, dass er Ur-Bayer ist und auf Englisch gehalten wurde, sehr, sehr, sehr amüsant war, weil er halt wirklich so ein bayerisches Englisch gesprochen hat und die ganze Halle ausgerastet ist, wenn er quasi eine Pause gemacht hat, um Luft zu holen, gab es Szenenapplaus, weil sich das so ultra geil angehört hat. Das war aber auch einfach sehr witzig. Aber da gibt es auch tatsächlich Bilder von, wie Jan und ich nebeneinander sitzen und das war wirklich wie früher in der Schule. Einer musste so anfangen zu lachen und ich habe gar nicht mitbekommen, dass er gelacht hat oder es gehört, sondern ich habe nur gesehen, wie sein, kennst du das, wenn du so siehst, wie so ein Fuß anfängt zu wippen. Dann habe ich nur so leise gesagt, hör auf. Und dann haben wir uns so ein bisschen hochgeschaukelt. Das war wirklich, ich konnte gar nichts machen. Das war gar nicht, weil das so witzig war, sondern weil es irgendwie so, wir haben uns so gegenseitig ganz komisch hochgeschaukelt und eigentlich ist es ja total geil, dass er da oben steht und im besten Dinglisch und dann auch noch mit bayerischem Akzent da irgendwie eine Rede über den Wirtschaftsstandort München hält. Und das natürlich kurz bevor. We don't have to. We don't have to do this, but it is a problem that we have. Und er hat einfach auch so eiskalt abgelesen. Das war ihm so total egal. Und es war irgendwie auf eine Art, muss ich sagen. Wie bei einer Hochzeit sitzt ihr da und dann fängt es um zu wackeln und dann von 75 immer gegenseitig. Das ist genial. Aber man muss fast sagen, wie ultra geil. Also es gäbe so viele, die sich halt total in die Hose scheißen würden, davor 8000 Leuten, das darf man auch nicht vergessen, sich da zu präsentieren und einfach kein gutes Englisch sprechen oder schon gutes Englisch sprechen, aber halt so sprechen, wie sie sprechen und das dann auch noch abzulegen. Also dem war alles so wurscht. Das fand ich total fasziniert, weil ich hätte mir wahrscheinlich tagelang einen Kopf zerbrochen, wie souverän ich wirke oder weiß ich nicht was. Und der hat einfach abgelesen. Das fand ich einfach ultra geil. Das fand ich ein richtiges Statement. Welche Richtung auch immer. Aber, was halt dann total absurd war, während dann also die Opening Ceremony lief, wurde man dann irgendwann so abgeholt, weil, und Barack Obama war ja da, eine Runde von ein paar, also es waren glaube ich in Summe 100 Leute oder so, die hatten einen Tête à Tête mit Barack Obama und du konntest Barack Obama hallo sagen und konntest ein Foto mit Barack Obama machen. Und das ist halt einfach ein Moment gewesen, Alter, den kann ich gar nicht in Worte fassen, davon verknuspre ich jetzt noch, weil wir sind dann da aus dieser Halle rausgeführt worden. Was hast du da gesagt? Hey, I'm Joko. Nee, nee, jetzt muss ich, der Weg dahin war schon so absurd. Und wer hat das Foto gemacht, das will ich auch wissen. Also das sind die zwei, und hat Böhmi auch ein Foto gemacht mit Barack Obama? Alles, 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 kriegst du alles? Entschuldigung, ich bin aufgeregt. Erzähl, erzähl. Ist ja gut, aber da sind so viele Stufen doch dazwischen, die das so total absurd gemacht haben, weil wir sind dann halt rausgeführt worden, aus der Halle raus, und dann war in so einem großen Innenhof, das ist Messe München, in so einem großen Innenhof hatten die dann so ein ganz kleines Festzelt, wie man das so kennt, wenn das Schützenfest bei uns im Dorf stattgefunden hat, nur ein bisschen schöner von innen her gerichtet. So ein Zelt stand dann halt da, aber auch mit so Klarsichtfolie, also jetzt nicht so mit weißen Plastikvorhängen und so, sondern da konntest du halt rausgucken. Das war in der Mitte, hing ein großer Vorhang, ein Grauer da drin, und davor stand dann in so, wie am Flughafen, wenn man sich anstellt, oder in Vergnügungsparks, dass du so in so Line dich anstellen musst, und dann wurde aufgerufen, von der Reihe nach, oder nach Zugehörigkeit des Mediums, und dann war wirklich Jan Böhmermann, Joko Winterscheidt, wo ich schon ganz froh darüber war, dass man mit Jan dann irgendwie gemeinsam da reingehen konnte, weil dann hatte man wenigstens jemanden, mit dem man das teilen konnte, weil es so ein absurder Moment war. Ein geiler Moment war noch David Alaba, und dann kam er von ganz hinten, der konnte nicht, und dann denke ich mir so, Alter, what? Du kannst Barack Obama treffen, und du kommst nicht. Da hat Zyko Kovac gesagt, nix da, Training. Ja, nix da, Training, glaube ich auch. Wir haben Auslaufen, Regeneration, Barack, ist mir doch egal. Tatsächlich, glaube ich auch, dass die da Training hatten und nicht konnten, deswegen konnte er nicht. Und dann war es aber so, die Haltung war die ganze Zeit so, okay, der muss doch jetzt schon hier hinter diesem grauen Vorhang sitzen, während wir auf der anderen Seite in so einer Warteposition, in so einer Warteschlange standen, weil wie verrückt das ist, dass der jetzt auf der einen Seite ist und nicht hier bei uns. Und dann war es total absurd, weil auch draußen schon, ich sag mal, ein Polizeiaufgebot, wie bei einem Bundesligaspiel war. Also das war wirklich krass, wie viel Polizei da vor Ort war, außerhalb der Halle, nur für diesen Bereich zuständig, wo alle Eingänge gefühlt mit zehn Leuten gesichert waren und überall. Und da hast du ja auch, auf dem Event ist auch mal wahnsinnig viel Politik anwesend hier, der Justizminister von Bayern und wirklich so name them, alle waren sie da. Und dann hast du natürlich auch den ganzen Staatsschutz, die dann da alle stehen mit ihrem kleinen Bio-Waren-Sticker obendran, wo du siehst, das ist so die deutsche Variante des Secret Service. Aber dann ging irgendwann hinten so ein riesiges Tor auf, auf diesem Messegelände. Und dann kam wirklich eine Armada an Motorrädern, eine Armada an Polizeiautos, dann kam eine Armada an schwarzen SUVs und dann kamen diese... Eskeleits, oder? Ja, natürlich. Und dann kamen diese ultra fette, schwarze, wahnsinnig gepanzerte Limousine von ihm da, aber auch so eher in so einem Jeep-Style. Ein Riesending, alles mit Blaulicht und die sind da reingerauscht. Unglaublich. Und dann gab es den absurdesten Moment, während die reingefahren sind... Das ist ein gutes Intro, ne? So will ich auch mal irgendwann einmal im Leben irgendwo mal so ankommen, oder? Das ist... Vor allem das Verrückte ist ja, das ist für den ja Daily Business. Der reist ja nur so. Der kann ja gar nicht anders. Aber wer betreut den denn? Also hat der... Ist das Secret Service danach? Secret Service, ja. Oder ist das als ehemaliger Präsident? Nee, nee, der hat eine... Also auch wirklich, ich will nicht wissen, wie viele Secret Service Agents ich da gesehen habe. Aber wirklich unzählig. Also ich hätte... Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen 60. Wenn nicht mehr. Auf jeden Fall war der Moment so absurd, weil während die da reinfuhren und man so abgelenkt war von diesem ganzen Blaulicht und den ganzen Autos, die da kamen und Motorräder und der ganzen Sicherheit. Also das war wirklich auf einmal so eine ganz andere Stimmung. Das hat schon dafür gesorgt, dass die Stimmung so krass anders war. Und mit einem Mal drehe ich mich rum, weil ich wissen wollte, wer hinter mir steht. Steht ein Typ wie eine Maschine mit so einer Oakley, wie Lewis Hamilton sie immer anhat. Mit so einem amerikanischen Pin im Revers. Und ich meine so, wow, where did you come from? Und er hat nur so einen Grinsen, der hat gar nichts gesagt. Und dann habe ich nur gesagt, it's true what they say about you. Ich habe nicht gemerkt, wie dieser Secret Service Agent sich von hinten an uns herangeschlichen hat und auf einmal, der stand halt unmittelbar dann am Vorhang, diesen Bereich da beschützt hat. Und dann bist du da rumgeführt worden und jeder ging dann irgendwie hinter so eine, dann bist du nochmal hinter den Vorhang geführt worden und hinter dem Vorhang war es dann nochmal so, dass du wie durch so eine Vorhangwand laufen musstest und dann... Haben sie dich abgetastet? Nee, ich hatte ein Handy in der Hosentasche und er meinte, Cellphone und dann meinte ich so, in my pocket und dann guckte er mich so an, eine Sekunde zu lang und dann meinte ich so, I will not take it out. Und dann guckte er mich aber mit so einem Blick an von mir so, okay, lass mal drin. Aber das ist halt so eine Autorität, Alter, die habe ich in meinem Leben noch nicht gespürt. Das ist so, die haben alle auch noch so, als wenn die in irgendwelchen Special Divisions... auf ihren Augen, haben sie so Röntgenbrillen, haben sie Nachtsicht... Ist das T-Shirt in der Hose? Also haben sie einen Anzug an oder sind die so... Alle hatten Anzüge an und dann waren aber drei dabei und das fand ich ganz interessant, so, ich glaube, das sind so die Special Tactics-Waffen von denen, so Typen, ganz unscheinbar, ne, mit so einer Daunenweste und einem blau-weiß karierten Hemd, aber du siehst eine Physis, ne, und auch so, ich sag mal, nur einen Meter 50 groß, eine Physis darunter, wo du weißt, wenn ich jetzt hier eine falsche Bewegung mache, ist wahrscheinlich Handkantenschlag tot. Es ist wirklich... Du fällst einfach... Ich seh's vor mir, wie Joko Winter steht... Wie so ein Trunbarn. In 8000 Teile zerfällst du einfach nur so, alle Knochen sind mit einem Schlag aus deinem Körper raus und die Zellhülle fällt so in sich zusammen. Entschuldigung, ja? Und dann war es aber total absurd, weil dann sind wir um die Ecke gekommen und dann stand er da in diesem grauen Vorhang, in dieser grauen Vorhang, da war so ein Backdrop von einer Bitzen Pretzels, auch in grau, mit einer blauen Brezen drauf, als wenn das alles irgendwie so Corporate-mäßig angefragt wurde. Ja, bitte grau. Hat er eine Tracht an? Äh, nee. Das war mein... Das war mein Wunsch. Weil jetzt kommt's, ich hatte eine Hand. Ich dachte mir, wie geil wär das, wenn Barack Obama und ich nebeneinander auf diesem Foto Tracht tragen. Aber natürlich hatte er keine Hand. Aber ich hatte so ganz insgeheim gehofft, dass er halt so cool ist und dann anzieht und den Gag mitmacht, weil das ist halt ein bisschen Pretzels, das ist halt Oktoberfest, da tragen 80% Tracht. So, aber natürlich niemand von den Leuten, die ein Foto mit Barack Obama gemacht haben, haben eine Tracht. Aber auch Jan hat einen Anzug angehabt und ich war da so der Außerirdische mit einer Tracht und er hatte auch einen grauen Anzug an. Wie auf der falschen Party. Wie auf der falschen Party. Wirklich, wie auf der falschen Party. Und wie war das noch? Ja, Kaiser und Könige und dann war es aber Koks und Kaviar. Der Punkt war aber, vor uns war so eine Delegation von den Grünen hier aus Bayern und die eine hat wohl irgendwie 2008 volontiert in dem Wahlkampf von Obama und entweder hat er ein unglaubliches Gedächtnis oder da war ultra krass gebrieft. Sie kam rein und die war vor, also es war sie, Jan und dann ich und wir waren schon zu dritt in diesem Raum und sie ist zu ihm gegangen und die haben sich begrüßt, als wenn sie die besten Freunde waren. Die haben sich gefühlt drei Minuten unterhalten und das war ja auch das erste Mal, dass man die Situation gesehen hat und da dachte ich so, oh wie geil ist das denn? Der nimmt sich voll Zeit für einen. Es war wirklich so, ich kriege kribbelige Hände, wenn ich es dir erzähle. Das ist mein Man-Crush, oder? Also du stehst da so seelig und guckst ihn an und sagst, ich liebe dich. Unfassbare Erscheinung. Es war auch wirklich, es war surreal. Und ich glaube, es gibt wenige Momente, wo die ich mit, also ich finde es so faszinierend, dass ich diesen Moment mit Jan geteilt habe und fast forward. War der auch so? Also war der auch so? Ja, wir sind zusammen raus und es war so, was war das? Also es war so null greifbar, weil das Besondere war, der hat sich mit ihr drei Minuten unterhalten und da war irgendwie noch seine Assistentin mit dabei, also von Obama, die dann auch mal die, yeah, yeah, I remember that day in D.C. Weißt du, dann unterhalten die sich so zu dritt da und du denkst dir so, wie krass ist das denn? Denn dann machen die ihr Foto und dann ist Jan dran, Jan geht vor und er so, hey, what's your name? Und er so, Jan, hey Jan, nice to meet you. Dreht sich rein, macht ein Foto, smile, see you Jan. Und dann war ich halt dran und er so, hey, what's your name? My name is Joko. Und er so, hey Joko, nice to meet you. Und dann nimmt man sich in den Arm, macht ein Foto und er so, see you, Joko. Und ich so, ja klar, alles gut. Und dann hat er uns in sieben Sekunden jeden abgefertigt und es war total enttäuschend. Das war wirklich, weil er hat es gar nicht genießen können. Ich habe ihn eng umschlungen. Aber was hättest du ja mit ihm geredet? Also was hättest du ja mit ihm geredet? Nein, natürlich nicht, aber die haben sich so nett davor unterhalten und man hatte natürlich dementsprechend schon mehr Zeit in diesem Raum und konnte das Ganze beobachten. Aber es war ultra absurd. Wirklich so. Es war total, also ich habe selten... Ich sitze hier und grinse. Ich muss sagen, also erstens freue ich mich tierisch für dich. Megagell. Also das ist ja echt ein Erlebnis fürs Leben. Wahrscheinlich, vielleicht triffst du den nochmal in 20 Jahren oder sowas. Aber den an so einem Moment, wo der ja auch, der muss ja eine Energie ausstrahlen gerade wahrscheinlich ganz... Also so, der hat ja ein geiles Momentum gerade. Ich glaube, ich habe heute gelesen, er dreht eine Doku über das Impeachment von Trump, was glaube ich auch interessant wird von Netflix und so weiter. Also so, der muss ja an einem geilen Ort sein auch. Also ich meine, wenn einer cool ist, dann er. Und das mal so erlebt zu haben und einfach eben so nah da dran zu sein und auch in so einer privaten Situation, nicht nur bei einem Auftritt oder sowas. Hut ab, megagell. Ja, wirklich, also auch, also ich habe glaube, schon viele absurde Menschen in meinem Leben getroffen. Aber es ist so und das war das Absurdeste. Ich war null aufgeregt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, ob das er ist, der einem so eine Ruhe gibt oder weiß ich nicht was, aber du bist um die Ecke gekommen. Es war alles total normal, obwohl es Barack Obama war, weil, und das war im Nachgang mal eine Theorie, weil wir sind dann auch wieder reingegangen und hat dann ja auch so eine einstündige Interviewsituation gehabt, wo er dann so ein bisschen seine Sicht auf die Dinge erklärt hat und was auch ganz faszinierend war, den da zu erleben, weil er sich ultra viel Zeit gelassen hat beim Antworten. Das fand ich wahnsinnig zu sehen, weil der ganz genau weiß. Also Jay-Z-Masic oder was? Ja, genau. Ja, 100 Prozent, genau so. Ich habe jetzt zum ersten Mal erkannt, dass dieses That's a great question ist ja auch ein kompletter Lückenfüller. Machen auch 80 Prozent der Leute, um erstmal drüber nachzudenken. Wir, also ich sage jetzt mal wir, aber ich bin so dumm, dass ich immer sofort versuche zu antworten und ganz schnell und viel zu reden und dann kommt halt so dummer Scheiß raus, der immer bei mir rauskommt. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn man mal eine Sekunde durchatmet und nicht sofort sehen. Aber bei ihm war so geil, weil er hat sogar, und er weiß natürlich, dass jeder Satz, den er sagt, hat weltweit eine Relevanz und wird abgedruckt und der kann damit wirklich wahrscheinlich Domino-Effekte auslösen, wo er sich im Klaren drüber ist. Und er hat irgendwann, das war faszinierend, weil er sich immer sehr ruhig und sehr, sehr besonnen geantwortet hat und so ein bisschen diese Energie, die er hat, in absoluter Ruhe ausgestrahlt hat. und dann sitzt er aber da und sagt dann auf einmal my goal und dann hast du richtig gemerkt, wie er gesagt hat, jetzt habe ich das zu meinem Ziel erklärt, das kann ich so nicht sagen. Und dann hat er wirklich den Satz hinzugefügt, so sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau, on other words und hat es dann halt nochmal umgedreht, weil er ganz genau wusste, wenn ich jetzt sage, das ist mein Ziel, dann werde ich daran festgemacht werden in Zukunft. Ich muss es aber so formulieren, dass es die gleiche Intensität bekommt, aber es nicht auf mich zurückzuführen ist, dass ich daran gemessen werde, sondern dass das eher eine Mission für die Menschheit sein muss. Es war wirklich faszinierend, dem zuzuhören und da zu sitzen und immer wieder sich zu denken, so Alter, wie verrückt ist das? Und für mich war das auch, so besonders der Moment war, so normal war er irgendwie, weil, und das war für mich die große Konklusio, ich für mich festgestellt habe, man hat den so oft im Fernsehen gesehen, dass das so eine Normalität hatte irgendwie, dass der da ist, weil das so ein, das ist jetzt ein sehr, sehr hochtrabender Vergleich, aber manchmal hat man auch so Momente mit Menschen, wenn mich Menschen draußen auf der Straße anquatschen, die immer sagen, so ist so verrückt, man hat das Gefühl, man kennt dich, weil man dich so oft schon gesehen hat und genauso ging es mir mit ihm und das fand ich so bizarr, dass dieser Moment so eintrat von, den hat man so oft erlebt, dass das irgendwie eine so krasse Normalität hatte und gleichzeitig eine solche wahnsinnige Faszination von ihm als Mensch ausgegangen ist, wie er da auch auf die Bühne gekommen ist und erst mal Fistbomb hier mit den Boys von Bits und Pretzels gemacht hat und so ultra cool war und die in den Arm genommen hat und so total geblickt hat, wie er die hochleben lassen muss, weil die irgendwie die Gastgeber sind so, ey, wirklich, der könnte wahrscheinlich der beste, ich habe heute mit Schmiddy in der Firma schon drüber gequatscht und Schmiddy meinte auch so, der könnte der beste Stand-Up-Comedian sein, der könnte der beste Entertainer sein, der könnte der beste Host einer Talkshow sein, der könnte der beste Politiker, der ist halt einfach alles, der ist so komplett, wie ich selten einen Mensch erlebt habe, das war ultra faszinierend und ich glaube auch, dass es noch ewig lange dauern wird, bis ich den Tag so für mich überhaupt begleiche oder nicht begleiche, vor allem begreife, ist das richtige Wort, nicht begleiche. Ja, aber ey, mega geil, genauso war ja Clinton, erinnerst du noch die Fotos von Clinton? Ja! In Austin, da hat er auch so was, mit Usi und Bowls zusammen. Ja, dass Leute so, also er ist ja auch sehr gut da drin einfach, so blöd es klingt, also das, was du ja auch gut kannst, connecten mit Leuten, das ist natürlich auch seine Superpower, aber also, ohne sich irgendwas darüber jetzt urteilen. Aber Superpower trifft's. Ich freue mich, ich freue mich sehr, dass man das mal erleben konnte, ich meine, das ist eine außergewöhnliche Situation. 100 Prozent. Und ich habe Gänsehaut hier gekriegt, aber ich wollte ja eigentlich noch, ich muss aber los, aber ich gebe dir eine Aufgabe, wenn wir nächste Woche telefonieren, hätte ich gern, dass du bis dahin die Bill Gates-Doku auf Netflix dir anschaust, ich schicke dir gleich mal den Link, da gibt es eine dreiteilige Doku, jeweils 50 Minuten, kann man sich echt gut anschauen, ist hochinteressant. Und weil ich war, also ich kann natürlich nicht mithalten und ich will auch gar nicht mithalten, aber immerhin habe ich Bill Gates und diese ganzen, ich war da bei diesem Goalkeeper-Event und von der Bill Gates-Stiftung und das erzähle ich dir dann, aber da muss man die Doku davor gesehen haben und es war sehr lustig, weil auch der 20-jährige Sohn von Bill und Melinda war da, es war geil, also Melinda ist die Frau dazu, Bill saß da, daneben Melinda die Frau und dann der Sohn und ich saß da genau gegen, also nicht weit weg und haben mir so angeschaut. Der Sohn war so 20 und hat dann irgendein, es waren halt Vorträge auch und also da war dann die neuseeländische Präsidentin und der spanische Präsident und das ist sehr, sehr klein, also nur so, keine Ahnung, 100 Leute, 150 Leute und so verschiedene Leute und es ist also wirklich sehr, ich benutze dieses Wort sehr selten, aber sehr inspirierende zwei Tage gewesen und erzähle ich dir aber nächste Woche und der Sohn hat aber immer, der war müde irgendwann und hat immer gegehnt und es war so geil, wie die Mutter immer so, den Sohn so, also er hat sehr auffällig gegehnt und die Hand vor den Mund hat er auch nicht gemacht und hat sich immer so, er saß auch sehr präsent und durch das Gehen hat er aber dann immer seinen Vater Bill angesteckt und dann haben die immer abwechselnd, also immer so, alle 40 Sekunden hat entweder der Bill oder der Sohn und die arme Melinda in der Mitte war schon so ein bisschen so, ah, Jungs, reißt euch da mal ein bisschen, das war sehr, sehr menschlich und sehr herzlich und auch echt ein krasser Typ. Ey, Bill Gates, alter Schwede, was das für ein Dude ist und wie der, also guck dir die Doku an, da sind mehrere Momente, wo ich echt fassungslos war darüber und was wirklich krass ist, was der macht und auch wie er tickt als Typ und wie er so, keine Ahnung, der kann die Telefonnummer von seinem Freund Paul Allen aus der siebten Klasse noch auswendig und so weiter, also was das für ein bisschen ein Superbrain ist, alter Verwalter, da kann man auch nicht, da kann man eben nicht so sagen, ja, das kann ja jeder schaffen, nee, der ist einfach, der ist schlauer als 40 von uns zusammen, aber, das erzähle ich dir nächste Woche, weil ich muss jetzt weg und, äh, muss jetzt hin, vielen Dank für die Geschichte mit Obama, das ist geil, freut mich wirklich richtig mega, ist geil, sowas, sowas dafür, dafür, ja, wahrscheinlich auch geil von den Bits and Bricksals Leuten, dass sie dich da einladen. Wir hören uns nächste Woche, mein Freund Joko. Und wie immer wird dieses Telefonat präsentiert von O2, für mehr O in deinem Leben. Wir können uns was wünschen, wir haben es gleichzeitig gesagt. Ja, bis später, bis nächste Woche. Die Woche.